Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play The Riding of Isaac. Ich möchte The Lord of Flies machen. Habe ich mich jetzt gerade entschieden. Nicht gut, weil ich das eigentlich vermag mit den Fliegenkämpfen. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt extra meinen ganzen Goldraum opfern möchte. Lust. Habe ich schon keine Lust mehr auf dieses Spiel. Ah, du bist so eine Speed-Up-Findung. Ah, Range-Up geht auch. Aber das ist gut. Nein. Gut. Zack. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Und. Alter. Jo? Okay. Okay. Du bist eine gute Brille. Health up. Bad gas. Bad gas. Full health. Es gibt doch mal einen dicken Like. Wenn das so weitergeht. Voll die Fliegenarmee hier. Es ist der ultimative Lord of Flies. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was Dude heißt. Alter. Tja. Meine Fliegen gegen deine Fliegen. Welche sind besser? Könnte sogar klappen mit dem. Tja. Tja. neben der Bombe. Die springenden Köpfe. Nee. Die Hosen waren nicht springenden Köpfe. Entschuldigung. Zack. Zack. Ja, das ist voll unfair, weil die nicht gesloatet werden dadurch. Ich muss sich auch mal da ein kämpfen. Ich möchte mal gucken, ob ich mit den Fight-Tasten auch kämpfen kann. Ich habe die ganze Zeit mit der Maus gekämpft. Aber mit den Fight-Tasten geht das eigentlich auch. Und die Musik ist gerade so laut. Ach komm, einmal kann ich drüber laufen. Nein, schade. Das habe ich gar nicht gewusst. Zack, zack, zack. Ist ein bisschen ungewohnt, man mit den Fight-Tasten zu kämpfen. Nein, ich habe auch noch nicht. Natürlich gucke ich da rein. Nee, ich kämpfe weiter mit dem Maus. Auch wenn man dafür den Maus-Zeiger die ganze Zeit im Bildschirm hat. Das ist es wert. Weil ich damit einfach viel besser umgehen kann. Ähm. Und in dem Kackhaufen ist eine Spinne drin. Ha, Kinderherz. Oh, ich freue mich. Ich habe ein Kinderherz in der Woche noch. Naja. Sind gerade bei 5 Minuten ungefähr. Oh, was ist denn hier los? Ich bin der Lord of Life. Und kein anderer. Ich würde gerne mal ein bisschen Tears abbekommen. Wenn ich schon eigentlich kein Damage bekomme, möchte ich Tears abbekommen. Das Headset zurechtrücken. Komm, die 5 fliegen dürfen nicht alle töten. Alles mit dem Fliegen ist eigentlich relativ geil. Fliege, warum? Ich weiß, ich will nicht an. Boah, wenn mich das Ding jetzt noch getroffen hätte. Ich wäre voll ausgetickt. Das war knapp. Ich würde gerne einen Satan-Roma haben. Zack. Gut, zwei Fliegen müssten dafür nötig sein. Dann reicht das auch. Oh. Hälfte überhaupt nicht. Nein. Wie kommst du denn da rauf? Ey, aber kein Mal getroffen. Glaube ich. Auf jeden Fall sind das diese schon fast Elitefliegen. Ja, wollte ich eh gleich mal reingucken. Na, hat den Kompass. Den Kompass möchte ich haben. Ich dachte schon, das wäre die Map. Das wäre es. Nee, das muss ich nicht. Das ist mir zu viel gekämpft für eine Truhe. Bei einer Goldtruhe hätte ich es gemacht, hätte ich einen Schlüssel. Wetten, dass das ein Elite-Raum ist? Nein. Ehrlich? Und ich mag die nicht, wenn die frei kommen. Das besonders, wenn alle drei frei sind. Okay. Du bist eh tot. Hm, ich glaube, das bereue ich doch ein ganz klein wenig. Gut. Da drin, da drin. Ihr seid alt tot. Ihr seid tot. Ah, nur einmal getroffen. Hä, sehr witzig. Der war nicht lustig. Ehrlich nicht. Der war verletzend. Der war verletzend. Das war verletzend für die Wand. Na, komm, doch keine Chance. Das dumme Hitlerkreuz. Also, da ist ein Geheimraum mit Sicherheit nicht drin. Oh. Quatsch, noch vielleicht nur mit, nur mit nix tun. Geht das dann vielleicht? Ja, es klappt. Okay, so hast. Das ist quasi die Elite-Version von The Duke of Lies. Aber der hat weniger Leben, glaube ich. Ja, der hat weniger Leben. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, hab ich Maggie eigentlich schon im Spiel freigeschaltet. Naja, wenn nicht, dann hab ich das jetzt gemacht. Weil ich mir ja geschwunden hab, wenn ich ein bisschen off-screen spiele, möchte ich die Sachen aber trotzdem nur spielen, wenn ich auch... Naja. Ich möchte meinen... Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Einmal noch. Schade. Dann guck ich mal im... Shop, was es denn so im Shop gibt. Shop gab's, glaube ich, im Herz. Das heißt, ich nehme mich jetzt dringend nötig. Nein, doch nicht. Eine Münze. Und eine Bombe. Und dafür gibt es... Mann. Das war jetzt unlogisch. Ach ja, ich hab noch... Gut, das war dann wohl der Startraum. Scheinbar, dass man nur 5 Fliegen hinter sich erziehen kann. Weil ich ja gerade 100 Stück hatte. Naja, ich hab aber pro Gegenlauf mal ich bestimmt 3 oder 4 Fliegen bekommen. Okay, das war knapp. Nein, warte, aber ich möchte, dass der mich hier nochmal anspuckt. Einmal. Fang an zu spucken. Spucken mich an. Komm schon. Spucken mich doch einfach an. Was ist denn so schlimm? Okay, jetzt kannst du sterben. So. Yeah. Vollau. Da muss ich doch gar nicht lange entscheiden. Wow, knapp. Ach, ja, ja, ja. Hier. Die können nichts. Ah, ich glaub, ich guck da mal unten lang. Mit Sicherheit. Cool. Na, dann kann ich doch mal gucken. Aber ich hätt gern den Steam-Sail. Und dich würde ich eigentlich auch sehr gerne noch benutzen. Ja, ich find sie alle so süß. Oh, muss ich. Oh, fuck. So komisch, nachzugucken. Was haben wir denn die ganzen Fliegen? Nein. Fuck. Nein, komm, hier. Dann mach ich jetzt mal eine andere Challenge. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Spying of Isaac. Ruts auf die Lamp. ghosts auf der Technologiesised P Laboratory Oh, shit.